Musik Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu dem Bibelgespräch, das wir heute miteinander haben wollen. Ich stelle kurz die Teilnehmer vor. Zu meiner Linken habe ich den Josef und den Hannes, zu meiner Rechten den Thomas und die Lena. Ich darf euch hier ganz herzlich willkommen heißen und ich freue mich auf die interessanten Themen, die heute vor uns liegen. Bevor wir einsteigen, wollen wir, wie es gute Gewohnheit bei uns ist, mit einem Gebet beginnen. Unser großer Gott, danke, Herr, dass wir dein Wort wieder öffnen dürfen. Danke für die spannenden Themen, die wir uns ansehen wollen und dass dein Wort so viel Interessantes und Wichtiges für uns beinhaltet. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, die Texte, die wir lesen, die Gedanken, die wir uns machen, dass du uns führst und dass wir alles recht verstehen. Bitte hilf uns die Zusammenhänge, die gegeben sind, die zum Teil auch komplex und schwierig sind, doch recht zu verstehen und auch einfach in Worte fassen zu können. Danke, Herr, für deine Hilfe. Amen. Amen. Das Thema, das uns die zurückliegende Woche beschäftigt hat, war das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres, Teil 2. Wir kommen jetzt bei diesem zweiten Teil tiefer hinein in die eigentliche Materie und wollen uns genau damit das Siegel Gottes, das Mahlzeichen des Tieres näher befassen. Zum Beginn würde ich gerne mit euch mir Gedanken darüber machen, wozu ein Siegel eigentlich dient. In der Antike, das würde mich interessieren, aber auch, wo es heute noch Siegel gibt. Also Siegel gehen in gewisser Weise oder ersetzen so ein Stück weit eine Unterschrift, würde ich sagen. Heute hat man ja seine eigene Unterschrift und es gab eine gewisse Zeit, da hat der König seinen Siegelring gehabt und hat es aufs Wachs drauf gedrückt, um damit diesen Brief zu bestätigen, dass er von ihm kam. Das beinhaltet also eine gewisse Autorität von einer hohen Stelle. Ja, damit wurden ja auch Briefe verschlossen, damit man dann nicht einfach lesen konnte und wusste, okay, das ist wirklich an den Adressanten angekommen. Denn das Siegel musste ja gebrochen werden, wenn der Brief geöffnet wurde und so wusste jeder spätere Leser, da hat schon mal jemand reingeschaut. Also es hilft auch etwas zu bewahren, die Sicherheit zu gewährleisten von einem Inhalt. Es hat sich nichts geändert über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Heute nennt man es Zertifikate und sind ganz wichtig. Keine Mail geht mehr anders raus und so weiter. Insofern, die Technik hat sich etwas geändert, aber letztendlich der Inhalt, wer hat es ausgestellt, hat er die Berechtigung und so weiter, hat sich nichts getan. Das ist heute mindestens genauso wichtig und wohl noch mehr in Benutzung, als es früher der Fall war. Gerade wenn du sagst, dass es bei E-Mails mit dabei ist, wie viele werden da ständig geschrieben? Dann gibt es ein digitales Siegel, damit klar ist, dass es ein authentischer Absender war. Und dass der Inhalt nicht verändert wurde und genau all diese Dinge. Im Prinzip das Gleiche, wie wir bei den Siegeln haben, über die wir heute nachdenken. Siegel hat natürlich auch etwas mit einem Besitzanspruch zu tun. Wenn ich da damals so einen Siegelring da irgendwo drauf gedrückt habe, dann hat es geheißen, das gehört mir oder es kommt von mir. Das hat also etwas mit Besitz zu tun. Ich denke da immer an diese alten Wild-West-Filme, da sind die Rinderherden und die kriegen dann so ein Siegel, unter Anführungszeichen, eingebrannt. Und dann hat man genau gewusst, das Rind gehört zu dieser Herde oder zur anderen Herde. Also das hat etwas mit Besitzanspruch auch zu tun. Da haben wir also schon einige Aspekte, die in der Artikel gegeben waren, aber die durchaus auch heute noch gegeben sind. Wir haben ja auch heute noch Siegel. Wenn wir sagen, mit Brief und Siegel, bedeutet das, dass es etwas mit Autorität ausgestellt ist. Das kann eine Urkunde zum Beispiel sein. Ämter verwenden auch heute noch Siegel, wir nennen es häufig auch Stempel, um zu zeigen, das ist die Autorität dieser Behörde. Das, was hier steht, das ist rechtens so. Wir werden jetzt zunächst mal in einige einzelne prophetische Texte hineinschauen, bevor wir uns dann wieder diesem Thema Siegel und Mahlzeichen nähern werden. Zunächst sehen wir uns Texte an, die mit der sogenannten tödlichen Wunde zu tun haben und einer Zeit der Verfolgung. Josef, darf ich dich bitten, Daniel 7, Vers 25 zu lesen. Und Thomas, wenn du Offenbarung 13, Verse 3 bis 5 lesen würdest. Daniel 7, Vers 25, dort heißt es, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Merken wir uns, hier geht es um dreieinhalb Zeiten, in der die Heiligen des Volk Gottes verfolgt werden. Gut, und jetzt kommt Offenbarung 13, Abvers 5. Und es wurde ihm ein... Also 3 bis 5, bitte. 3 bis 5, okay, Offenbarung 13, 3 bis 5. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah, verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Wir haben in dem einen Text dreieinhalb Zeiten als prophetische Vorhersage. Offenbarung 13 hören wir von 42 Monaten. Wenn man dreieinhalb Zeiten, was man als dreieinhalb Jahre übersetzen könnte, wenn wir das miteinander vergleichen, merken wir, wir kommen auf dieselbe Zeitspanne. Dreieinhalb Jahre sind nun mal 42 Monate. Es geht also in diesen beiden Texten um das Gleiche. Was wisst ihr über diese Zeitspanne? Es geht offenbar um Verfolgung, es geht um Lästerung gegen Gott, hier ist eine gottesfeindliche Macht, deshalb nehmen wir den Text. Aber wenn wir das in die Geschichte verankern wollen, was ist denn da historisch passiert über diese Zeit hinweg? Und wie lange geht die eigentlich? Wenn ich in Daniel Kapitel 7 hineinschaue und die Verse auch vorher mir anschaue, da geht es um diese vier Tiere. Das vierte Tier ist ein schreckliches Tier. Und das ist parallel auch zu Daniel Kapitel 2. Das ist offensichtlich das Römische Reich. Und dann wird der Blick von Daniel auf die Hörner gelenkt, zehn Hörner. Das sind also die Völker, die Germanen und so weiter, die hier das Römische Reich abgelöst haben. Und danach kommt erst dieses kleine Horn auf. Und das beherrscht dann diese dreieinhalb Zeiten lang die Welt. Das heißt, ich kann chronologisch sagen, das muss hier nach dem Römischen Reich sein und nach Beginn der Völkerwanderung sein. Es muss also hier danach eine Macht aufkommen, die hier ganz speziell und wichtig ist. Und so reden wir von der mittelalterlichen Zeit. Genau. Nach dem Römischen Reich setzt hier dann das Mittelalter ein. Da wäre der Beginn der Verfolgung. Wenn wir es einfach ausrechnen, dreieinhalb Zeiten kommen wir auf, ein Jahr wurde gerechnet mit 360 Tagen. Das stimmt nicht ganz, wissen wir, aber zum Beispiel in der Finanzwelt ist das bis heute so, also auch gar nicht so überraschend. Und dreieinhalb mal 360 sind 1260 Tage, respektive hier bei apokalyptischer Prophetie, reden wir von Jahren, sind es 1260 Jahre, die wir auf so einen Startzeitpunkt dann drauf rechnen müssten. Also eine wirklich lange Zeit. Wir haben schon gemerkt nach dem Römischen Reich, also wir können sagen, ganz grob nach 500 muss es gewesen sein, dass es losgeht. Und dann reicht es damit bis in Neuzeit, bis grob fast 1800. Ich würde es gerne noch ein bisschen genauer festlegen. Wir haben ja gerade in der atlantistischen Geschichte schon viele Leute gehabt, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und das erforscht haben, wann genau es losging, bis wann genau es ging. Und da fallen immer wieder die Jahre 538 und 1798. Da haben wir genau diese Spanne von 1260 prophetischen Tagen oder buchstäblichen Jahren. Was wissen wir denn über diese Zeit, über diese Jahre 538, 1798? Was hat das mit Verfolgung zu tun, was da passiert ist? Ich würde es kurz noch sagen, es wird ja sowohl in Daniel 7 als auch in Daniel 13 darauf hingewiesen, dass dieses Tier, von dem hier die Rede ist, auch die Heiligen verfolgt. Eine lange Zeit, 1260 Jahre, eine Zeit der Verfolgung. 1798, wenn das jetzt das Ende ist, da passiert natürlich etwas. Napoleon ist an der Macht, er hat verschiedene Kriege in Europa und wird zu dieser Zeit, genau 1798, seinen General Berthier nach Italien, nach Rom, in den Vatikan schicken und dort den Papst gefangen nehmen und einfach absetzen und ins Exil schicken. Das ist ein wichtiges Datum. Was hat der Papst mit der Verfolgung zu tun? Also wir sehen ja, diese Zeit hier, diese 1260 Jahre war eine Zeit, wo eine Macht, in dem Fall hier die römisch-katholische Kirche, Andersgläubige verfolgt hat. Wenn sie das nicht so gesehen haben wie sie, dann wurden sie verfolgt. Ein Beispiel wären die Waldenser oder auch die Albigenser und viele andere, könnte man da als Beispiele nehmen. Viele, viele Protestanten, die ebenfalls von den Katholiken bekämpft worden sind. Da haben wir also eine lange Zeit der Verfolgung. Kann mir noch jemand sagen, was 538 war? Irgendwie muss ja dort Daniel 7, 25 dann in Erfüllung gegangen sein, als ein Startpunkt, von dem aus dann die Verfolgung zumindest radikal einsetzte. Das war natürlich ein schleichender Prozess. Die katholische Kirche mit Sitz in Rom hat immer mehr und mehr Macht gewonnen. Aber im Jahr 538, da gibt es tatsächlich so ein Dekret vom Kaiser, dass dem Bischof von Rom und dem Papst eben eine besondere Macht auch übergibt, sozusagen. Und interessanterweise, das geht sich ja wirklich ganz genau, aufs Jahr genau aus. Wir haben eben jetzt den Vorteil, dass wir es retrospektiv betrachten und deshalb sehen, wie diese Passelsteine, in dem Fall in Jahren gerechnet, exakt in ihre Lücke fallen. Und das war vorher ja noch nicht so einfach. Wir haben schon viele Reformatoren gehabt, spätere protestantische Theologen, die sich damit auseinandergesetzt haben und die bis ins 18. Jahrhundert hinein immer wieder berechnet haben, wann ist denn wohl diese Zeit? Sie alle wussten, das sind 1260 Jahre, nicht Tage. Das war für alle klar gewesen. Und sie kommen auf unterschiedliche Zeiten, aber bei allen geht es so irgendwo hinein ins 18. Jahrhundert. Aber erst nachdem tatsächlich dieses Ereignis war, dass der Papst gefangen genommen wurde, undenkbar vorher, dass eine politische Macht sich wagt, in den Vatikan einzudringen, ihn gefangen zu setzen und dann sogar zu deportieren. Er ist ja in Südfrankreich im Gefängnis in Valence dann letztlich auch gestorben, im August des Jahres drauf, 1799. Das war noch undenkbar. Und jetzt konnte man tatsächlich retrospektiv dann auch den Anfangszeitpunkt korrekt benennen. Wir dürfen dieses Datum 1798 nicht unterschätzen. Die französische Revolution geht ja schon einige Jahre. Aber da kommt der Papst weg von Rom und stirbt im Exil. Und es gab schon damals, so habe ich das gelesen, Tageszeitungen im ausgehenden 18. Jahrhundert. Und dort steht drinnen, das ist das Ende der katholischen Kirche. So haben die Zeitgenossen das bewertet, was damals passiert ist. Für uns ist das schon irgendwie alte Geschichte und schon lang vorbei. Aber das war damals absolut sensationell. Die katholische, große katholische Kirche ist zu Ende. Das war die Reaktion in den Tageszeitungen, im Tagesgeschehen. Natürlich wissen wir, das war noch nicht das Ende. Ja, aber andererseits, wenn in der Offenbarung von der tödlichen Wunde die Rede ist, ist das sehr interessant, dass das damals, als dieses Ereignis stattfand, genauso gesehen wurde. Das wurde so wahrgenommen. Und das war ja eben genau, das ist ja genau der Punkt, das ist ja auch das, was wir dann in der Offenbarung eben lesen, dass alle Menschen ja verwundert sind, weil diese tödliche Wunde wieder heil geworden ist, was 1798 nicht absehbar war, dass sie wieder heil werden würde. Danke für den Hinweis noch. Es ist wichtig, Offenbarung 13, Vers 3 sagt uns, wie tödlich verwundet, aber es ist heil geworden. Und da befinden wir uns 1798, 99, 1800, genau in dieser Zeit, wo die Leute tatsächlich dachten, das würde nicht mehr aufkommen. Das war so ein Paukenschlag damals, es ist verwunderlich, dass man heute in Geschichtsbüchern nichts mehr davon liest. Französische Revolution ist ein großes Thema. Dass der Papst gefangen genommen wurde, ist bestenfalls eine Randnotiz. Meist wird es überhaupt gar nicht erwähnt. Lass mich noch eines sagen zu 538, das müssen wir in dem Zusammenhang auch noch wissen. Daniel 7, Vers 25 spricht ja davon, dass Festzeit und Gesetz geändert werden und daraufhin die Verfolgung losbricht. Was wir 538 auch noch haben in der katholischen Kirche, ist ein wichtiges Konzil, das stattgefunden hat. In Orléans, das dritte Konzil von Orléans, also im Frankenreich, und das war das neue Zentrum der europäischen Großmacht der Franken. Dort hat man auf dem Konzil beschlossen, dass die katholische Kirche, das ist das erste Mal in der Geschichte gewesen, katholische Kirche in eigener Verantwortung alle verfolgt, die den Sonntag nicht so halten, wie die katholische Kirche es vorgibt. Vorher haben die staatlichen Mächte hier und da mal den Sonntag eingefordert. Aber jetzt wird explizit festgehalten, nicht die staatlichen Mächte, sondern die Kirche selbst. Also jeder Dorfpfarrer durfte jetzt entscheiden, ob es irgendwelche Konfiskationen zum Beispiel gab, ob jemand ins Gefängnis gelegt wurde, ob Strafzahlung oder Prügelstrafe angemessen war, um den Sonntag durchzusetzen. Das gab es vorher nicht, jetzt geht es damit los. Und damit haben wir einen Paukenschlag in der Hinsicht wieder, dass die Kirche ihr falsches Gesetz, die Festzeit des Gesetzes geändert hat und gewaltsam durchsetzt. Da sind wir natürlich wieder beim Wortlaut der Bibel, sowohl in Daniel wie auch dann schlussendlich in der Offenbarung. Und das ist das Schöne natürlich, wenn man diese Prophezeiungen in der Geschichte zu verankern versucht, was ja leider viele Theologen heute nicht mehr machen, die das Ganze mehr spirituell auslegen wollen, sage ich mal ganz grob, die dann diese historische Dimension vermissen lassen, die uns aber gerade zeigt, wie wunderbar Gott in der Geschichte wirkt. Es ist ja gerade für die Glaubwürdigkeit der Bibel ein ganz massives Argument, dass sich die Dinge eben über unglaublich lange Zeiträume so exakt erfüllt haben. Gerade deshalb, weil es eine empirische Tatsache für jeden Menschen ist, dass kein Mensch die Zukunft kennt. Und dass es gerade in der Zeit passiert, wenn man sich bedenkt, Johannes hat es ja schon gesagt, wir sind in der französischen Revolution, die Menschen glauben, die katholische Kirche sei jetzt tot und sie sind ja nicht unbedingt traurig darüber. Manche gingen soweit zu sagen, das Christentum insgesamt ist jetzt am Ende und wir werden jetzt endlich nur noch von unserer Vernunft, von der Ratio regiert. Das war gerade diese Zeit. Der Rationalismus erreicht jetzt einen Höhepunkt, die Religion wird immer mehr zurückgedrängt, Wissenschaft ist der neue Glaube. Und genau in dieser Zeit erfüllt jetzt Gott eine Prophetie in der Geschichte der Menschen. Sie wollen unbedingt Beweise, die erfassbar sind mit dem Verstand, er gibt ihnen einen. Auf dem Präsentierteller, unübersehbar letztlich, was dazu geführt hat, dass man in dieser Zeit nach 1798 Daniel Offenbarung so intensiv studiert hat, wie nie zuvor und wohl auch nie mehr hinterher. Woraus ja dann eine Menge Erweckungsbewegungen in Europa, in Afrika und auch in Amerika entstanden sind, unter anderem die Miller-Bewegung. Wegen dem, was in Rom passiert ist, weil man gesehen hat, die Bibel ist doch historisch begründet und sie ist rational erfassbar. Gott hat uns einen Beweis gegeben, auf den wir so lange gewartet haben. Gehen wir noch einen Text weiter. Wir haben jetzt hier schon einige so betödliche Wunde gehört. Es gibt in der Lektion von dieser Woche auch noch etwas über den Mensch der Gesetzlosigkeit, heißt es da. Lesen wir 2. 2. Thessalonicher 2. Das steht in engem Zusammenhang mit den Texten, die wir eben hatten und sagt uns auch etwas mehr über das Wirken von dieser antichristlichen Macht. Lesen wir zunächst mal die Verse 3 bis 7. 2. Thessalonicher 2, Verse 3 bis 7. Lena, darf ich dich bitten? 3. Thessalonicher 3, Vers 4. Gott heißt und Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempeln Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch gesagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Noch weiter? Vers 7 noch bitte. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Dankeschön. Also hier geht es um den Mensch der Gesetzlosigkeit oder der Bosheit, wird es manchmal übersetzt, der ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit auch hier wirksam werden lässt. Wenn wir an Daniel 7 denken, da haben wir jetzt von der Verfolgung gehört, durch das kleine Horn. Das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Daniel 8 haben wir jetzt nicht gelesen, aber auch dort haben wir von dieser antigöttlichen Macht, die einen anderen Gottesdienst aufeinbringen wird, alternativ zu dem, der von der Bibel her etabliert ist. Mich würde interessieren, was euch hier auffällt, welche Parallelen wir haben zwischen dem kleinen Horn und diesem Mensch der Gesetzlosigkeit, von dem hier die Rede ist. Also im Grunde im Vers 3 und im Vers 4 wird uns ja hingewiesen, es kommt den Abfall, Apostosia, das griechische Wort, wird auch darauf hingewiesen, im Vers 4, dass er sich widersetzt gegen alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Das heißt, hier haben wir wieder diese Rebellion oder diese Gotteslästerung, wovon wir schon gehört haben in Daniel und auch in Offenbarung. Also es sind hier verschiedene Anglänge an das Alte Testament zu sehen. Ich sehe da auch eine gewisse Parallele zu Hesekiel 28 und Jesaja 14. Da ist es Satan, der sich hier hoch empor setzen will und sein will wie Gott. Allerdings diese Anglänge an Daniel, die sind wahrscheinlich noch deutlicher. Da geht es ums Gesetz. Vers haben wir ja vorher gelesen, 7, 25. Und da wird dieser Mann, der Mensch der Gesetzlosigkeit, als Mensch der Gesetzlosigkeit bezeichnet. Die Lutherbibel sagt, glaube ich, Bosheit, aber es steht da tatsächlich ein anderes Wort als Bosheit. Tatsächlich Gesetzlosigkeit. Und das ist also nicht ein Fehler, eine Sünde, wo wir einmal irgendwie ein Gesetz leider übertreten und eine Sünde begehen, sondern es ist viel radikaler. Da wird das ganze Gesetz über Bord geworfen und gesagt, das brauchen wir nicht mehr. Oder wir setzen uns darüber hinweg, was Gott sagt. Wir erfinden unser eigenes Gesetz. Und genau das passiert ja mit dieser Frage, Sabbat, Sonntag. Da haben wir so große Gemeinsamkeiten. Wenn wir jetzt hier in 2. Thessalonicher 2 über das Vorgehen hören, dann wird hier auch deutlich, Vers 6, dass es eigentlich zu dieser Zeit schon gegeben ist, dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Aber da steht noch etwas im Weg. Lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken, um was es hier wohl geht. Was bedeutet wohl Geheimnis der Gesetzlosigkeit? Und was steht da zur Zeit von Paulus noch im Weg, sodass es noch nicht richtig zur Entfaltung kommt? Naja, was hier zurückhält noch, das hat im Laufe der Kirchengeschichte unterschiedliche Interpretationen gefunden. Alte Kirchenväter, die noch im römischen Reich leben, zum Teil, die haben gesagt, das römische Reich hält zurück. Das verhindert, dass diese Macht wirklich zum Ausbruch kommt von ihrer schrecklichen Seite her. Andere haben gesagt, das Gute hält zurück, dass das Böse eben nicht so wachsen kann. Und Paulin, einer unserer Spezialisten in der Adventgemeinde für Eschatologie sagt, das ist Gott schlussendlich, der zurückhält. Er ist der Regent über Zeit und Regierung und Macht. Also man kann es unterschiedlich interpretieren. Aber ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass es schlussendlich Gott sein muss, der hier eine größere Macht hat als das Böse und auch der Böse. Wenn ihr von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit hört, im Neuen Testament ist Geheimnis ja doch ein sehr spezielles Wort, sage ich mal. Worauf deutet denn Geheimnis? Fast immerhin, wenn Paulus es verwendet, dieser Begriff. Ich glaube, es steht oft im Zusammenhang, gerade auch mit dem Evangelium. Also das Geheimnis ist Christus in uns zum Beispiel. Das deutet ganz klar darauf hin, dass auch Gott in uns wirkt. Und hier wird das Geheimnis jetzt in Verbindung gesetzt mit der Gesetzlosigkeit. Und das ist natürlich schon radikal, was wir dann hier hören. Also ich stimme dem zu. Es geht immer bei Paulus dann auch um Erlösung. Ich sage euch ein Geheimnis. Nicht alle werden entschlafen. Also er behält das nicht als geheim, sondern es wird dann offengelegt sofort. Warum? Weil es um Erlösung geht. In verschiedensten Facetten. Und ich glaube, dass das auch hier ein springender Punkt ist. Die biblische Lehre der Erlösung ist eine andere als in der katholischen Kirche. Wir haben ja nicht in Römer 16, 25 bis 26 von Paulus hören, was das Geheimnis ist. Dann ist es auch etwas, das kundgetan wird. Das war geheim, jetzt ist es offenbart. Und das ist der Lösungsplan, der sich in Jesus Christus erfüllt. Und das haben wir so oft im Neuen Testament, gerade bei Paulus, dass wir davon ausgehen müssen, was er hier eigentlich sagen möchte, ist, da kommt ein alternatives Evangelium. Während das wahre Biblische die Gesetzlichkeit, also Gesetzlichkeit im Sinne von Gesetzestreue predigt, haben wir hier ein Evangelium, das die Gesetzlosigkeit predigt. Ein anderes Evangelium. Passt ja sehr gut in den Zusammenhang, denn wir haben den Mensch der Gesetzlosigkeit. Was sollte er anderes predigen? Und das ist nichts anderes als das kleine Horn in Daniel 7 und 8, wo wir von einem andersartigen Gottesdienst hören, der, so heißt es in Daniel 8, sogar verbrecherisch gegen den Waren eingeführt wird. Womit haben wir es hier zu tun? Du hast jetzt, Hannes, gerade katholische Kirche angesprochen. Könnt ihr mir kurz erklären, wie man auf die Schlussfolgerung kommt? Dass man sagt, über die lange Zeit, wir haben jetzt schon gehört, von der Verfolgung durch das Papsttum, aber was hat es mit dem Gottesdienst auf sich, der hier offenbar Gesetzlosigkeit propagiert? Wenn ich jetzt den Hebräerbrief hernehme, wir haben direkten Zugang zu Jesus, unserem Hohenpriester und zu diesem Thron der Gnade. Da braucht es keine Vermittlerposition mehr. In der katholischen Kirche braucht es immer die Vermittler. Es ist die Maria, das sind die Heiligen und es ist auch der Priester, der da vorne steht und eben diese Transsubstantiation da vollzieht, dass hier wirklich der buchstäbliche Leib Jesu in das Messopfer gezwungen wird, unter Anführungszeichen. Und da sehe ich auch eine Art Werksreligion. Die Heiligen haben überschüssige gute Werke getan. Ich kann von diesem Schatz der Heiligen für mich profitieren, damit ich da schnell aus dem Fegefeuer komme oder meine Verwandten, die verstorben sind. Das ist eigentlich ein ganz anderer Zugang zur Erlösung. Ein anderer Heilsplanung. Völlig anders. Und das muss uns bewusst sein. Auch diese Aussage, dass dieses einmalige Opfer Jesu ausreichend ist, wo wir auf der anderen Seite dieses ständige Opfern haben. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also Blut, ohne Blut das Opfer, aber nichtsdestotrotz wird hier jede Woche spätestens wird geopfert, obwohl die Bibel ganz eindeutig sagt, einmal. Es ist einmal gestorben, das ist ausreichend. Dann nur noch sein Mittlerdienst. Das ist also ein anderer Plan der Erlösung, der Vergebung. Was auch anders ist, wenn wir hier von Gesetzlosigkeit reden, wir haben es vorhin schon erwähnt, da wurde etwas verändert. Der Sabbat auf den Sonntag und der wurde seit 538 dann eben auch durch die kirchliche Macht radikal und auch aggressiv, brutal durchgesetzt. Das heißt, diese Kirche vermittelt hier einen falschen Zugang zu Gott oder das ist kein richtiger Zugang zu Gott und verkündigt auch noch in unser Leben hinein ein Gesetz, das nicht dem Gesetz Gottes entspricht. Sie haben auch eine andere Basis. Im Katechismus steht was vom geschriebenen Wort Gottes, damit ist die Liebe gemeint, und vom gesprochenen Wort Gottes, damit ist die Tradition gemeint. Also die Basis für Erlösung und für alles andere, für die Theologie, ist schlussendlich eine andere. Und das macht natürlich auch, führt dazu, dass es zu einem anderen Ergebnis, wie Erlösung funktioniert, auch kommt. Spätestens dann, wenn das gesprochene Wort und das geschriebene Wort nicht mehr deckungsgleich sind. Ich meine, solange das absolut kohärent wäre, hätten wir ja kein Problem, aber das ist ja gerade eben nicht der Fall. Und da werden ja plötzlich Dinge herangezogen, die Gottes Wort, das geschriebene Wort, explizit verbietet. Ich denke, die ganze Hinwendung zu den Toten und so weiter, Heiligenverehrung wurde schon angesprochen und so. Das sind ja Dinge, wo das geschriebene Wort dem explizit widerspricht, wo Gott überhaupt keinen Zweifel lässt, das darf man nicht machen. Und Gott sagt, das ist eben ein Gräuel. Und das passt nicht zusammen. In diesem Kapitel hier in 2. Thessalonicher 2 wird uns erklärt, wie es in der Geschichte noch weitergeht. Paulus hat ja tatsächlich eine Art chronologischen Ablauf. Er lässt uns unter anderem wissen, in Vers 8, da kommen wir jetzt gleich zu, dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit bis zum Ende der Zeit bleiben wird, bis Jesus wiederkommt. Das weist uns darauf hin, Entschuldigung, wenn offenbar es in der Zeit von Paulus beginnt und bleibt bis zur Wiederkunft Jesu, dann geht es hier nicht um einen einzelnen Menschen. Hier ist nicht der Kaiser Nero, wie manche auslegen, oder so gemeint. Sondern hier geht es um ein System, aber einen Menschen, der ein System, eine Theologie repräsentiert und das beständig bleiben wird bis zur Wiederkunft. Das alleine zeigt schon, wir können hier nicht irgendeine Sekte, nicht irgendeine Kirche irgendwo suchen, weil die einfach gar nicht über all diese Zeit existiert hat. Sondern es muss wohl um diese Kirche gehen oder diesen Abfall der Zeit von Paulus begann, in dem man sich vom Gesetz immer mehr abwendete und über die katholische Kirche in die Verbindung mit dem Heidentum die gesamte lange Zeit des Mittelalters bis in unsere Zeit, bis zur Wiederkunft, existieren wird. Und vor allem, es ist ja praktisch eine Fortführung des politischen Roms. Weil wenn wir an Daniel 2 denken, es gibt ja bloß vier Reiche. Wobei das vierte Reich, das eine eindeutig historisch belegt, ja mit dem römischen Reich, also das römische Reich ist, von dem Reich sagt ja die biblische Prophetie, dass dieses Reich bis zur Wiederkunft Jesu reichen wird. Es gibt kein fünftes, sechstes, siebtes, sondern das vierte, das römische Reich ist bis zum Ende. Wohin hat es sich verwandelt? Wohin? Genau, wir hören von einer Veränderung in der Substanz. Aber es ist erhalten geblieben. Lasst uns doch mal... Pontifex Maximus. Stimmt, der Papst hat immer noch den Titel, den der Kaiser hatte. Der oberste Brückenbauer hin zu den Göttern, der Pontifex Maximus, neben vielen anderen Ehrentiteln, die tatsächlich noch übernommen worden sind von den früheren Kaisern. Lasst uns Verse 8 bis 12 noch lesen. Dann sehen wir, wie das Ganze weiterlaufen wird, wenn der Mensch der Gesetzlosigkeit erst mal seine Macht gewonnen hat. Hannes, darf ich dich bitten? Ich lese da nach der Elberfelder und mache gleich darauf aufmerksam. Schluss von 8 und 9 klingt in der Luther ganz anders. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft, ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machtart und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Danke. Also hier haben wir wirklich lange Schachtelsätze. Das ist so fast schon typisch Paulus. Man muss genau hinschauen. Einmal kurz lesen, hören genügt nicht. Wenn ich das hier mal in eigenen Worten zusammenfasse, dann haben wir hier die Ankündigung von großen Zeichen und Wundern. Damit wird der Böse, das ist immer noch der menschliche Gesetzlosigkeit, viele, viele Menschen verführen. Und er sagt uns hier in Versen 10 bis 12, dass es eine Unterscheidung gibt. Es wird Leute geben, die lassen sich nicht verführen. Andere aber schon. Könnt ihr mir sagen, woran der Unterschied festgemacht werden kann? Oder anders formuliert, wie können wir resistent sein, damit wir nicht von diesen betrügerischen Zeichen auch mit dahin gerafft werden? Also hier nach meiner Schlachtübersetzung heißt es, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ja. Also das heißt, die Liebe zur Wahrheit ist offensichtlich der Schlüssel. Und damit hätten wir wieder, was du, Hannes, vorhin auch angesprochen hast, das geschriebene Wort, das mein Maßstab sein muss. Und wenn es zum Widerspruch mit der Tradition kommt, ist ganz klar, die Tradition und alle Lebenspraxis muss an geschriebenem Wort gemessen werden. Die Liebe zur Wahrheit, und die Bibel versteht unter der Wahrheit immer, die Bibel bzw. Jesus Christus als die perdesonifizierte Wahrheit, das ist der Maßstab. Und dem gegenüber steht, das hören wir in Vers 12, Wohlgefallen oder Luther übersetzt, die Lust an der Ungerechtigkeit. Das sind die beiden Dinge, für die ich mich entscheiden muss. Und das sind häufig alltägliche Entscheidungen, kleine Entscheidungen im Alltag, wo ich überlege, ob ich mich an das Wahrhaftige, an das Recht, an das Richtige halte oder nicht. Und damit beschreite ich einen Weg, der am Ende über Wohl oder Wehe entscheiden wird. Eine Frage noch zu diesem Kapitel, und dann wollen wir uns Offenbarung 14 zuwenden, dass wir auch über das Siegel, das Mahlzeichen noch gesprochen haben. Habt ihr schon wahrgenommen in der heutigen Zeit, solche Irrlehren oder Zeichen und Wunder? Ist dir irgendwas, was euch Sorgen bereitet, wo ihr sagt, da habt ihr den Eindruck, das gehört in diesen Bereich, den wir hier angekündigt haben? Lena? Ja, es gibt ja immer wieder so Marienerscheinungen, wo die Leute dann auch hinpilgern und trinken sie aus irgendeiner Quelle und werden geheilt. Also das spielt schon eine große Rolle auch in der katholischen Kirche, das Pilgern zu irgendwelchen Plätzen, wo mal so ein Wunder passiert ist. Wenn ich an die Wunder Jesu denke, dann sind es meistens Krankenheilungen. Und dann frage ich mich, wo finden die heute angeblich zumindest statt? In diesen charismatischen und pfingstlerischen Gemeinden. Also auch dort sehe ich eine Art verkehrte Wunderwelt, wo das Sensationelle plötzlich total wichtig wird. Aber das nüchterne, klare Bibelwort in den Hintergrund gedrängt wird. Und wir müssen beachten, dass es ja tatsächlich anerkündigt, dass es Zeichen und Wunder sind. Es wird nicht gesagt, dass es alles Taschenspielertricks sind. Es wird uns auch nicht die Last auferlegt, dass wir das alles prüfen müssten und dann wissen, dass Gott gewirkt hat, wenn es wahr war. Also dass wirklich jemand geheilt wurde. Es wird uns vorher gesagt, gerade in Offenbarung 13, Vers 13, da wird sogar so etwas wie Feuer vom Himmel fallen. Also wirklich gigantische Wunder. Oder wir werden Falsches vom Echten oder wer genau da wirkt, nicht unterscheiden können am Wunder selbst. Aber, und das ist für mich die Botschaft von 2. Thessalonicher 2, wir werden es unterscheiden können an der Richtung, wohin die Leute führen. Jesus sagt, was die Frucht der Propheten ist. Was lehren sie? Bringen sie mich hin zu den Geboten Gottes oder führen sie mich weg von dem Gesetz, von der Wahrheit? Daran werden wir erkennen, ob es von Gott gewirkt ist oder nicht. Das Wunder selbst mag wirklich ein Wunder sein. Ja, wenn Jesus geheilt hat, hat er ja auch ganz oft gesagt, Sündige hinfort nicht mehr. Also er hat das mit Vergebung und Umkehr immer verbunden. Und das ist bei diesen anderen Wundern nicht immer so gegeben. Ich glaube, dass es auch heute Wunder gibt, die nicht von Gott kommen, sondern von der bösen Seite kommen. Ich glaube, dass der Satan tatsächlich auch Wunder tun kann. Ich denke da immer an Hiob, so wie er beim Hiob irgendein Rädchen umgedreht hat und dann ist er schwer krank geworden. So weiß der Satan genau, in welche Richtung er wieder zurückdrehen muss, dass scheinbar wieder diese Krankheit verschwindet und scheinbar ein Wunder passiert ist. Ich glaube auch, die okkulte, böse Seite ist in der Lage, Wunder zu tun. Die kommen leider nicht von Gott. Ja. Jetzt müssen wir noch schnell die Kurve kriegen, bevor die Zeit abläuft. Wir haben noch nicht über Siegel und Mahlzeichen gesprochen, obwohl das ja das Thema der Woche ist. Lass uns bitte zur Offenbarung 14 gehen. Wir lesen drei Verse, in denen wir von einem Siegel und von einem Mahlzeichen hören. Offenbarung 14, die Verse 1, 9 und 12. Josef, würdest du das lesen? Verse 1, 9 und 12. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt. Plus 9? Genau, plus 9 und 12. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Dankeschön. Also hier hören wir einmal von dem Siegel, das auf die Stirn gegeben wird. Das ist das Siegel Gottes. Zum anderen von dem Mahlzeichen auf der Stirn oder der rechten Hand. Bleiben wir jetzt mal für einen Moment gerade bei dem Ort, wo diese Zeichen hingesetzt werden. Das ist jetzt nun nicht die Ferse oder das Ohrläppchen oder irgendein anderer Platz. Und das wird, wie alles in der biblisch-prophetischen Symbolik, eine Bedeutung haben. Welche Bedeutung seht ihr darin? Dass ausgerechnet die Stirn beziehungsweise die rechte Hand ist? Bei mir ist nur die Rede von der Hand. Also die Stirn an sich ist natürlich der Ort, wo das Denken stattfindet. Und die Hand ist dann das Tun. Also Denken und Tun geht offensichtlich hier genau in diese Richtung, wenn es ums Mahlzeichen geht. Ja. Ich denke, dass einfach das eine ist ein Hinweis, dass ich es vielleicht, dass ich etwas tue, ein Mitläufer bin, im Prinzip vielleicht auch gar nicht wirklich dahinter stehe, aber wenn ich mir Offenbarung 13 speziell auch anschaue mit den Verfolgungen und so weiter, nicht mehr kaufen und verkaufen können, dass ich sage, das ist mir nicht wert. Also im Prinzip ist es mir egal, bin vielleicht sogar der Meinung, dass es gar nicht ganz richtig ist, aber bevor ich so einen Preis dafür bezahle, mache ich halt mit. Wohingegen derjenige, der es an der Stirn trägt, wohl eher ein Symbol davon ist, dass er davon überzeugt ist. Ja. Vielleicht auch wohl wissen, dass es gar nicht so richtig ist, es sei dahingestellt, aber auf alle Fälle, das eine denke ich, hat mehr mit Tun und das andere mehr mit Überzeugung zu tun. Mhm. Ja. Die Offenbarung ist natürlich geprägt vom Alten Testament in ihrer Sprache und Symbolik. Und ich muss bei diesem Text dann natürlich immer an 5. Mose 6, Vers 8 denken. Ja. Ich lese das gleich vor, wenn ich darf. Ja. Und du sollst sie als Zeichen, Stichwort, an deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Zwischen den Augen, das ist die Stirn, das ist für mich synonym. Naja, wovon spricht denn 5. Mose 6? Wenn ich weiß, in 5. Mose 5 werden die 10 Gebote erwähnt, dann weiß ich, das ist der Zusammenhang. Es geht um die 10 Gebote. Natürlich inklusive Sabbatgebot. Also der Ort, an dem eigentlich Gottes Gesetz steht, wird jetzt dieses Mahlzeichen oder vom Griechischen ja könnte man auch als Stempel übersetzen, des Tieres hingegeben. Das ist schon ein sehr deutlicher Hinweis, wie ich meine, dass es hier bei diesem Zeichen des Tieres offenbar um irgendetwas mit dem Gesetz geht. Höchstwahrscheinlich nach dem, was wir jetzt schon gesehen haben von dem kleinen Horn, von dem Mensch der Gesetzlosigkeit, das Evangelium oder Mysterium, Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dann wird es hier auch wieder um diese falsche Lehre gehen, die von Gottes Geboten wegführt. Außerdem macht das auch Sinn oder ergibt Sinn, weil das Gegenteil ja nicht irgendein Verhalten ist, sondern das Gegenteil ist eben das Halten der Gebote. also es wäre ja nicht sinnvoll oder nicht wahrscheinlich, dass ich sage, dieses Mahlzeichen hat irgendetwas mit, sagen wir im schlimmsten Fall mit Impfung oder so, wie manche es auch erwarten, interpretieren, ja, und dann wäre das Gegenteil plötzlich das Gesetz. Das ist doch wahrscheinlich, dass das Mahlzeichen auch mit dem Gesetz zu tun hat, aber eben mit dem falschen. Jetzt hören wir hier noch, Entschuldigung, ich nehme dich gleich dran, Hannes. In Offenbarung 13, du hast es schon angekündigt eben, Josef, da hören wir ja davon, dass es hier auch um wirtschaftliche Repressionen geht. Wenn ich mir das anschaue, hier in Vers 16, da geht es um das Mahlzeichen des Tieres, das gegeben wird. Vers 17 heißt es, man kann da nicht mehr kaufen und verkaufen, wenn man das nicht hat. Wenn wir uns das Gesetz Gottes, die zehn Gebote anschauen, bei welchem Gebot hören wir denn etwas über das Arbeitsleben, über das wirtschaftliche Leben? Das ist zu einfach die Frage. Beim vierten Gebot, das ist beim Sabbatgebot so. Und wenn ich mir dann anschaue, Offenbarung 14, die drei Engelsbotschaften und in der dritten Engelsbotschaft kommt das Zeichen wieder. In der ersten höre ich aber von Gott, der als Schöpfer angebetet werden will, weil die Stunde des Gerichts gekommen ist. Das Gesetz ist Maßstab des Gerichts und Gott als Schöpfer wird in den zehn Geboten in einem Gebot als genau solches betitelt und daraufhin auch das Gebot begründet, das ist nämlich das Sabbatgebot, das vierte, weil er geschaffen hat. Deshalb sollen wir als Gedenken an diese Schöpfung den siebten Tag halten und nicht arbeiten, sondern ruhen. Und dann sollen dort ruhen mein Sohn und meine Tochter, mein Knecht und meine Magd, sogar das einfache Vieh, sogar der Fremdling in meiner Stadt, jedermann. Genauso wie wir es hier in Offenbarung 13, Vers 16 hören, wo wir die kleinen, großen, reichen, armen, freien Sklaven haben. Also wenn man diese Parallelen betrachtet und die Texte mit einem bezieht, die du nanntest, Hannes, was eigentlich an diesen Ort gehört, nämlich Gottes Gebote, dann liegt es auf der Hand, dass es hier bei diesem Mahlzeichen des Tieres um einen falschen Sabbat geht. Und das wäre, das wissen wir alle heute, das wäre der Sonntag, also den ersten Tag der Woche statt dem siebten Tag der Woche zu halten. Ganz das Gegenteil dessen, was Gott gesagt hat. Jetzt ist auch die Rede von dem Siegel Gottes hier. Es wird nicht als Zeichen bezeichnet, sondern als Siegel. Ihr habt am Anfang schon gesagt, wozu ein Siegel gut ist. Jetzt am Ende möchte ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Warum ist das kein Zeichen oder Stempel? Warum ist das ein Siegel? Und zwar bestehend aus dem Namen des Lammes, also Jesu, und des Vaters. Was bedeutet das? Ich habe schmunzeln müssen, wie ich diese Lektion zur Hand genommen habe und da dieses kleine Bild betrachtet habe. Ein Mann mit der Zahl 666 buchstäblich an der Stirn. Ich glaube nicht, dass das ein Abdruck, ein Barcode, ein Chip oder was auch immer ist. Sondern es geht um den Sabbat und den Sonntag. Und das hat nichts mit einem äußeren Zeichen zu tun, sondern es geht, so wie du gesagt hast, um die Einstellung und die praktische Umsetzung dessen. Ich glaube, dass der Sabbat sehr wohl ein Zeichen ist. Im Alten Testament, 2. Mose 31, sagt Gott, zitiert, das ist ein Zeichen, dieser Sabbat. Oder Hesekiel 20, auch wieder, der Sabbat ist ein Zeichen. Ich habe also tatsächlich alttestamentliche Parallelen, die ich brauche, um Offenbarung 13, 14, 7, wo es um Siegel und Mahlzeichen geht, verstehen zu können. Also, Siegel Gottes, Mahlzeichen des Tieres, das ist ein typisches Gegensatzbar. So wie Jerusalem und Babylon oder die Hure und die reine Frau und so weiter. Das ist ganz offensichtlich. Und wenn das Siegel der Sabbat ist, dann muss das Mahlzeichen logisch gefolgert etwas mit einem Ruhetag, einem falschen Ruhetag zu tun haben. Und das ist der Sonntag. Also nichts Äußeres, sondern meine Einstellung und auch meine Loyalität einer falschen Religion gegenüber. Das spielt natürlich dann mit. Das ist Kapitel 13, diese Anbetung, die dann gefordert wird. Da wird etwas Falsches angebetet. Das ist eine Loyalität. Es ist wichtig, dass du das noch betonst, dass es hier eben nicht darum geht, dass wir irgendwie sichtbar etwas eingraviert bekommen, wie ein Mahlzeichen, wie ein, ja, bis auf Kühen vielleicht eingebrannt wird. Es ist nicht ein Chip, den wir bekommen oder eine FFP2-Maske, die wir tragen. Aber, was man eben schon auch sagen muss, Stirn und Hand, das sind Körper, Teile, Körperflächen, die immer gut sichtbar sind. Das wird ein Zeichen sein, das nach außen hin gut erkennbar ist. Und wenn ich mir die 10 Gebote ansehe, dann ist das eben gerade beim Sabbatgebot gegeben. Es braucht nur eine Woche und ich weiß, ob die Person den Sabbat hält oder nicht. Also die Sichtbarkeit, die schwingt sicherlich hier auch mit. Unsere Nachbarn hier wissen ganz genau, wann bei uns, an welchem Tag und an welchem Vormittag bei uns alle Ballplätze besetzt sind. Es ist offensichtlich. Eben, das ist ganz einfach. Eine letzte Frage noch zu dem Siegel. Gottes Siegel ist nur auf der Stirn, nicht auf der Hand. Ihr habt mir schon gesagt, die Hand, die steht für das Handeln, für das Ausführen. Das kann bedeuten, ich mache es einfach, weil der Staat das Gesetz vorgibt, muss nichts mit meiner Überzeugung, meinem Glauben zu tun haben. Habe ich das Mahlzeichen des Tieres auf der Stirn, bedeutet das, ich bin überzeugt davon, ich handle gemäß eines falschen, unbiblischen Glaubens. Wenn jetzt das Siegel auf der Stirn ist, geht es sicherlich auch um Überzeugung. Aber das Siegel jetzt besteht aus dem Namen des Lammes und des Vaters. Als letzte Frage, was wird das bedeuten? Ja, neurophysiologisch ist das Ganze ja auch interessant. Das ist ja nicht irgendwie hier oben wie eine Krone oder so, sondern es ist auf der Stirn, wo der Frontallappen gleich dahinter ist. Und das ist ja der Ort, wo wir unsere moralischen Entscheidungen treffen und auch unsere Werte letzten Endes, ich will sagen, abgespeichert sind, aber trotzdem, da spielt sich viel ab, wie wir handeln. Und das sieht man natürlich trotzdem in unserem Handeln, aber da oben wird das Ganze dann verarbeitet. Ich komme noch einmal zurück auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Siegel hat auch etwas mit Besitzzeichen zu tun. Das Siegel Gottes, auch wenn es noch nicht sichtbar ist, ist ein Besitzzeichen. Das heißt, Gott sagt, du gehörst mir. Und wenn ich der Besitzer einer Sache bin, dann gebe ich Acht auf meine Sache, auf meine Person in dem Fall. Das passt auch wieder zu den Namen. Die schreckliche Zeit braucht uns nicht Angst zu machen. Gott hat gesagt, mit seinem Siegel, wir gehören ihm und er wird auf uns gut aufpassen. Und bei Gott reicht es nicht mitzumachen. Mitläufertum ist nicht ausreichend. Deshalb ist es nicht ausreichend, das Siegel Gottes auf der Hand zu haben. Einfach mitzumachen, obwohl ich denke, es interessiert mich nicht oder was immer sonst. Sondern da geht es darum, ich muss davon überzeugt sein, ich muss es begriffen haben und muss das wirklich aus innerstem Antrieb heraus tun, wie du schon gesagt hast. Deshalb nicht an der Hand. Das heißt nicht, dass wir nicht entsprechend handeln sollen, das wäre falsch verstanden. Aber das ist es nicht was ausreichend. Handlung als Überzeugung. Ganz wichtig, dass wir das auch noch mal betonen. Bei Satan ist offenbar genügend, wenn es einfach sturer Gehorsam ist. Mach, was ich dir sage, ob du dahinter stehst, ist mir ganz egal. Bei Gott geht das nicht. Es muss die Gesinnung auch stimmen, es muss die Überzeugung gegeben sein. Und wenn hier der Name eingraviert wird, dann zeigt das für mich auch noch, dass es hier, in der Bibel ist es ja häufig so, dass Namen mit gewissen Eigenschaften, Charaktereigenschaften und mit einer Persönlichkeit verbunden sind. Wenn hier der Name des Lammes und des Vaters eingraviert ist, heißt das, wir sind, wir gehören zu dem Lamm und dem Vater. Dieser Besitzanspruch, aber auch charakterlich. Wir haben, Stichwort Frontallappen, wir haben seine Werte übernommen, wir haben seine Werten, Maßstäbe, sein Gesetz in unsere Persönlichkeit übertragen. Oder wie wir es biblisch sagen würden, wir sind geheiligt worden und wirklich Christen. Wir tragen es in unserem Namen und gehören damit ganz zu ihm. Also da steckt eine ganze Menge drin und wir haben noch gar nicht alles rausgeholt. Wir können jetzt bestimmt noch lange weiterreden, aber wir werden auch in den nächsten Wochen noch Zeit dazu haben. Ich danke euch für die Mitarbeit, für die spannenden Beiträge und Lena, ich würde dich bitten, bitte uns zu beten zum Abschluss. Stehen wir drauf dazu. Lieber himmlischer Vater, wir sind so dankbar dafür, dass du uns in deinem Wort einige Prophezeiungen gegeben hast, damit wir sehen dürfen, dass du der Gott bist, der die Geschichte in seiner Hand hält, der sie kennt und der sie lenkt. Ja, gerade auch, wenn wir über das Thema Endzeit reden, Mahlzeichen oder das Siegel Gottes, dann ist es gut zu wissen, dass du derjenige bist, der Besitzanspruch an deinen Kindern hat und der sie dann auch gerade durch diese schwierige Zeit bringt. Herr, wir möchten dich bitten, dass bis es zu dieser letzten Verfolgung kommt, wo wir dann nicht mehr kaufen und verkaufen können, dass wir deine treuen Nachfolger sind. In den kleinen wie in den großen Entscheidungen, damit wir dann bereit sind, wenn es um Leben und Tod geht, dir treu zu sein durch deine Gnade und deine Hilfe. Von Herzen Dank dafür. Amen. Amen. Amen.